endlich ein neuer tag leute morgen geht es in urlaub bevor ich in urlaub fahre werde ich mal ein bisschen kurz an den strand abschecken und mir den letzten tag von urlaub mal richtig gut gehen lassen moin 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 ich gehe zu uns am strand und checken mal die lage ob alles cool ist ja ich fahre jeden morgen am strand jeden morgen wenn ich aufhabe erstmal zum strand fahre leute super wichtig erstmal eine runde schwimmen gehen bisschen sport machen fit bleiben so jetzt aus dem wortelife island sieht es aber komisch aus lila tern und was ist hier los liegt ein trampolin verkehrt ist aber es ist hier los da war ja ja man sieht es ja aus wie grauten rüben mein freund und beispiele ja lass uns beispiel eine gute idee oh ja komm wir gehen wir jetzt frei ein bisschen warte mal wasser was ist denn hier los heute am strahl ist hier gar kein bademeister da ich habe ihn euch habe ihn noch mein freund ich soll ihm folgen oha du hast eine krasse karre schlecht eingepackt bei freunde musst du ja hallo sie mal okay warte ich steig ein warte 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 einfach los ohne mich hier los ja zeig wo willst du hin mein freund was soll es sein oh ein eis und kauf mir ein eis oder was gang das aber lecker 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 schmecker dankeschön dankeschön ich bin dabei ich bin dabei eis und wobbly geht immer wo also immer schon da ist in der wilde fahrt gewesen wow lecker lecker aus ist hier los aber macht party der party bademeister hat sich halt nichts zu tun ist okay keine vom strand okay ja ich sehe schon bist ein guter bademeister haben was für party für dich gut jetzt regnet mein freund aber kein schöner strandtag hier willst du hin mein freund bleib hier bitte bleiben sie hier hallo bademeister aber nicht weg hallo der bademeister ist weg muss es geht hier ab wo ist der hin der bademeister ist weg er ist einfach pufft in der luft was geht hier ab leute was geht hier ab bitte bademeister hallo sind sie bademeister hallo erstmal drehen schon mir das rede ganz schön doll hier wo ist dieser komische bademeister wo ist der da ist ein hai auf dem bouncing ball was macht der denn da hallo 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 so lassen sie mich hier los sie Sag mal, jetzt reicht's aber hier. Hau ab. Sag mal, jetzt rede, geh ins Wasser, Junge, und willst du am Strand? Ja, hau rein hier. Geht's dir gut? Oh. Ich helfe ihnen. Warte, ich bring dich ins Wasser, mein Freund. Warte, warte. Mein Freund, ist es gleich soweit? Hier haben sie Wasser. Oh, warte. Da. Oh. Geht's dir wieder besser? Das ist aber schön. Wunderbar. Meisterhai. Oh, der kann ja krass unter Wasser schon. ein krasser Typ, ey. Der Meisterhai. Oha. Oh. Er ist schon wieder verpufft. Was geht hier ab mit diesem Woppy Live Highlight? Hallo? Das wäre ein komischer Hai, Leute. Was geht hier ab mit diesem Woppy Live Strand? Also irgendwie ist hier immer was anderes los. Woppy Live ist wirklich komisch manchmal. Wo ist dieser Hai nicht? Ich kann ihn nicht sehen. Er ist einfach im Wasser verpufft. Was geht hier ab? Könnt ihr einen Hai sein? Wo ist der Hai, Leute? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der Hai? Okay. Hey, Leute. Er ist irgendwie im Wasser. Ich sehe ihn einfach nicht. Wo ist denn dieser Hai? Mann. Ich sehe ihn einfach nicht. Könnt ihr ihn sehen? Wo ist der Hai? Äh, hallo? Ähm. Geht's dir wieder besser? Geht's dir wieder besser, mein Freund? Ja, sehr gut. Sehr. Das freut mich sehr. Könnt ihr folgen? Okay. Wo willst du hin? Äh, großer, mächtiger, blauer Hai. Wo soll das hingehen? Der Hai kann Auto fahren? Ich fahr mit. Äh, Haiwasser. Das hast du vor mit mir? Äh, Leute. Ich weiß nicht, was der Hai hier vorhat. Der Hai kann anscheinend Auto fahren und fährt hier wie eine wilde Sau. Auch wie ihn wieder Fisch besser gesagt. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Ich hab keine Ahnung, Leute. Oh, wir sind ehrlich da. Äh, Meister Hai. Aber was soll das sein? Oh, ja, stimmt. Dann können wir in Urlaub fliegen. Das stimmt, das stimmt. Sehr gut. Leute, das ist mein kleines Kurzvideo für euch, für unseren Urlaub. Wir sind jetzt schon da, überhaupt aktuell. Äh, sind gerade schon reizt ihr angekommen, Leute. Das heißt, vielen, vielen Dank für die ganze treue Woppy Life. Wir hoffen, es kommt bald nur das Update. Wir fahren hier im Regen in Urlaub. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier fliege, Leute. Irgendwo kommen wir schon an. Und, Leute, ich muss leider meine Videoregleichen ein bisschen reduzieren. Das heißt, mittlerweile habe ich nochmals fast jeden Tag ein Video gepostet. Ich werde ca. auf mindestens drei, maximal viermal die Woche ein Video posten, Leute. Ich schaff's und zeig einfach nicht mehr. Aber trotzdem kommen coole Videos raus. Keine Sorge, Leute. Die werden nur etwas weniger. Hi, schönen Urlaub wünsche ich dir. Haus rein, Brian. Leute, schönen Urlaub. Ich bin auch weg. Haut da rein. Tschüss. Lasst ein Abo und ein Like am Start, Leute. Teilen den Kanal und guckt auf Pommesbox vorbei, Leute. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Tschüss.